Jetzt kommt schon! Habe Sichtkontakt mit Feind, jetzt knallt! Dann fällst du los! Jetzt bin ich mit dem Nächsten. Das ist jetzt mal. Sichtkontakt! Waffen entsichert! Sichtkontakt! Waffen entsichert! Waffen entsichert! Ich bin jetzt nicht zu spät. Soll ich in den hinterfotzigen schnönen Basta oder echte? Habe ich! Jetzt kommt ihr da! Das ist ja doch nicht zum Aushauen! AHHHHH! AHHHHH! Okay. Die nächste! Sichtkontakt! Waffen entsichert! Sichtkontakt! Waffen entsichert! Sichtkontakt! Waffen entsichert! Bist! Das ist rechts, Mann. So, was? Habe nicht Kontakt mit Fallen. Ich habe einen Feind vor mir. Ganz Gummärder. Jawohl, endlich mal einer weggekommen. Ich sehe das nervt. Boah, echt nervige kleine Viecher da. Scheiße. Ich sehe das nervt. Komm her, komm her, da. Jawohl, jetzt gefällt mir das schon eh. So, ein Penner. Meine Fresse jetzt. Ah, endlich. Blöder Ficker. Boah. Zum Kotzen. So, fliegen wir hier in die richtige Richtung. Jawohl. Das ist nicht, dass wir da wieder in das komische Feld reinfliegen da. Ich hoffe, das umgrenzt nicht, das Ganze da. Das hört dann ziemlich kacke. Und du wirst nicht, da werden wir ein neues Schiff wollen. Okay. Und wir kommen. Und wir gehen. Okay, und jetzt fliegen wir da her. Was, die mögen uns nicht? Willst du mich verorschen? Warum mögen die uns nicht? Ist das jetzt der Scherz, oder? Meine Fresse, meine Fresse. Wo geht's denn? Achso, ja, da haben wir ja das Ding gestohlen. Was ist das, wir müssen da jetzt? Verdammte Scheiße. Wir müssen wieder zurück. Wenigstens haben wir da die Ausrüstung. Sun Cannon. Und die Tanto, Klasse 5. Die könnte man sich eigentlich klein bauen, da. Aber, das ist, die, oder? Sun Fury, was ist das? Das ist besser. Besser. Aber verkaufen können wir es, das ist schon gut. Warme, Sensor-Effizienz reduziert. Okay. Aber wie kommt man dann zu dem, zu dem Schiff? Das geht mir nicht, wie Gott, nein. Schussprungloh? Ich sehe nur, das war eine Sprungloh. What the fuck? Ich kapier's nicht. Ich kaufe mir trotzdem kein neues Schiff nicht bei denen. Ich werde, der habe ich jetzt schon, ich kann nicht spielen lassen. Der kann überhaupt nichts. Wann an, wie wir den Barracuda haben. Oh, du waren Freunde. Sehr gut. Andocken. Andocken. Na komm, jetzt Moksha. Ist hier nicht zu viel verlangt. Und ein kleines bisschen andocken. Cool. Dann bin ich wieder da. Ja, ich muss es mit den anderen verschärzt. Aber es ist ja... Es ist gar nicht besser. Ich würde einfach nur... handeln. Ich würde einfach nur ein anständiges Schiff fahren. Das ist ja nicht zu viel verlangt. Sagen wir mal, vielleicht findet man da in dem System noch ein anderes Sprungloh. Dann kriegen wir noch ein bisschen was Besseres. Hoffentlich. Andocken. Stetig Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock 2. Vertragung empfangen. Sagen Sie, weit liegen Sie. Ja, jetzt schneller. So, schnell überspringen ist da. Braucht keine Sau. Ausrüstung. Verkaufen. Ich glaube, das verkauft ich beides. Aber der ist nicht mehr so schlecht. Ich kann immer sagen können. Na gut, was weiß. Ich glaube, da verkaufen wir was. Was wir nicht haben. Müssen wir wieder ordentlich einkaufen. Oh Gott. Ich bin in Frachtraum geladen. Schussschussbatterie. Ich bin in Frachtraum geladen. Okay. Nehmen wir gleich so eine 11.000er. Auf Tag annehmen. Ja, okay. Sehr gut. Startrampe. Schnell, schnell, schnell. Müssen wir da auch. Freelancer Alpha 1-1 EM Kyoto. Alles klar für den Start. Wurde reisen. Danke. Aber wie groß das jetzt Tor ist im Gegensatz zum Entschifter. Wahnsinn. Am nächsten Einsatzwegpunkt halten Sie feindliche Schiffe auf. Dort finden Sie weitere Anweisungen. Na, kommt es mit? Kommt es mit? Flügt es mit mit mir da? Hört es mal ein bisschen. Hört mir eigentlich hin, gerne. Na gut, okay. Sie schicken zwar vielleicht eine Hilfe, aber bis da tippe ich nicht dann alleine. Das ist nicht gut. Nicht gut. Hm. Hm. Oh, 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 oh. Hm. Der Kampf da wird dann da echt lustig. Man sieht echt nichts. Überall vielsbrocken. Hammer geil. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Was ist denn so? Gegnerische Schiffe in Reichweite. Wir markieren sie zur besseren Identifizierung. Das hier wird wehtun. Auf übelste Weise. Oh, schön. Aber nicht zu weh wie dir, Baby. Aber nicht zu weh wie dir, Baby.